salamango komm, trag die alle frucht, trag die alle frucht, trag sie, trag sie, trag sie na mal schauen ah super, sweet, 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 würde ich sagen und machen wir gleich hier wieder, unser Team geht am schnellsten, wir sind zu viel Mana verbrochen und das ist einmal Mana dafür verbrochen und dann werde ich anstatt bei allen und die nachher noch sterben, aber der macht ja ordentlich Schaden, puh, das wäre ein Grid bestimmt aber habt ihr gesehen, dass im Hintergrund das Ding einfach gelaufen ist, wie das, also war es eigentlich nicht tot also hat das Ding zwei Herzen, ich weiß es nicht na komm, einmal noch oh oh jetzt muss er aber oh ätzend äh okay, dann probieren wir jetzt die heftigsten Antakten, die ich alle habe warte mal der die AP eines einzelnen Abenteurers auffüllt okay knack schwupp ah super es gibt schon viele Punkte, Punkte, Punkte noch größer, genau, was ist in deinem Spacknieren denn los? das Ding wird noch fetter, das wird noch größer, es kann ja nicht sein, dass es zu klein ist dafür Feuerschimäre kommt, wir versuchen mit zu fliehen nein danke ich würde mal eben kurz heilen gehen wir von haben wir eine Feuilheilung ne da habe ich noch die komm nimmst du die nimmst du die das Rage vollkommen nimmst du da nicht oh ne, nicht da hoch weil wir waren ja schon mal und da gab es ja nicht so viele Hexen das heißt, die müssen bestimmt hier oben sein und zwar nicht ganz klein danke aber ich muss irgendwie noch trainieren, dass ich die auch irgendwie ganz gut hätte die Mops ich hole sie doch schon, du Eierkopf bestimmt auch noch zu klein ich laufe mal runter und hole mir das Ding kleiner, dicker Junge, du oh, mit Kampf Mann so Fischern ist es nicht oh doch, doch so Fischern können wir nicht einfach Mann gibt's doch nicht komm hier, tschüss oh, ist doch nicht wahr passiert nix, weil noch nix passiert ist nur eine Ente ist schon mal down jetzt hoffe ich gleich die zweite hinterher die hauen auch nen Schaden rein das ist gar nicht geil ja, ne, ist der Ente down jetzt kommt noch der königliche Ork hier oder Orkkönig ne, die bleiben alle tot im Leben jetzt müsste doch halt einer wieder leveln oh, ist ja dunkel, ist ja dunkel 45 Minuten schon, super super, super oh, zogen wir uns ja das Ding hier oh, komm, wat Jetzt muss ich, warte mal, habe ich nicht so ein Ding, wo ich mich erst mal Schutz habe? Nein. Das macht mich, ich hab da keinen Bock immer drauf. Ja, benutzen. Hilft bestimmt nicht, aber... Ja, genau, ein Haxaurier, sicker. Den probiere ich jetzt mal mit, mit Handelsüppchen tacken. Zack. Probieren wir es mal aus. Alter. Wow. Gleich nochmal, Blitzschlag, Sense. Aber wir können ja... Kommen wir mal eine Kusshand. Warte mal, der soll mal den Nadelsschuss jetzt ausprobieren. 40er Proc. Küsschen. Ei. Ein Schaden. Ich glaube, da muss ich 100 konzentriert sein, dass ich da einen guten Schaden raushaue. Hat die Macht genau mit 5 Schaden noch ein... Ah, Angelou sind 26. Äh... Wo kriegt der denn viel? Er kriegt viel denn Weisheit. Und 4 Punkte. Das ist natürlich nicht gut. Machen wir halt alle Bogen rein. Kann ich die nicht irgendwie von hier oben runter werfen? Wäre doch tausendmal einfacher. So. Auch nicht. Dann halt nochmal... nochmal den ganzen Weg runterlatschen. Boah, ist das nervig. Dann haben sie aber ne... Ich sag mal ne bescheidene Mission hier rausgesucht. Kreisel, 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 Kreisel. Oh, dass es jetzt klappt. Das hoffen wir mal. Dann muss ich den jetzt dann da rangehen oder was? Oder einfach wieder hinwerfen. Oh, Kobi, ja genau. Schakalschlitzer. Machen wir mal Standardflächenangriffe. Oder mehr...